Der Vollständigkeit halber noch folgende Aufgabe. Eigentlich will ich eine Reihenschaltung planen, aber ich habe noch keine Ahnung, was das ist. Drei Lampen sollen leuchten. Naja gut, drei Lampen sollen leuchten, was brauche ich unbedingt? Also mein Plan beginnt so, dass ich mir erstmal schon eine ganz grobe Skizze mache. Drei Lampen. Und zwar Spannungsquelle. Ohne die leuchtet gar nichts. Jetzt habe ich die Spannungsquelle. Jetzt sage ich drei Lampen. Hm, eine, zweite, dritte. Und jetzt kommt die Zusatzaufgabe. Wenn eine rausgedreht wird, also eine Lampe aus der Fassung gedreht wird, sollen alle anderen aus sein. Wie muss der Strom fließen, dass, wenn ich nur eine von den dreien hier rausdrehe, nichts mehr leuchtet? Naja, ich fange an mit meinem Plan und sage, okay, ich lasse mal auf jeden Fall eine Lampe leuchten. Die schließe ich mal an. Wir wissen ja, das muss alles zurück zur Spannungsquelle. Jetzt leuchtet die. Ist schön. Jetzt mache ich mal einen Fehler. Mache ich mal absichtlich. Okay, die soll auch leuchten. Also gehe ich von hier dahin und zurück zur Spannungsquelle. Ich weiß ja schon, ich kann das auch vorher mit dem Lötpunkt erledigen. Also extra mit in die Buchse der anderen Lampe stecken. Achso, ja, und die dritte, die soll auch leuchten. Ach, wie mache ich denn das? Naja, mache ich so. So, löte ich hier fest, schmiere ich hier ran, fertig. Jetzt mal eine Frage. Wenn, nehmen wir mal an, die hier, ich mache mal die letzte, die mache ich mal dunkel. Die soll aus sein. Was passiert? Wir fahren wieder mit dem Stift ab und sagen, fangen wir mit der ersten Lampe an. Die leuchtet. Die leuchtet immer noch. Denn die sind ja mit der Spannungsquelle verbunden. Warum die leuchten und was mit den Elektronen passiert, erkläre ich in dem anderen Video. Hier gleich in dem ersten schon mal. Deswegen, hier ist nichts besonders passiert. Die habe ich rausgedreht, also kann sie nicht leuchten. Die Aufgabe ist aber anders. Wenn eine rausgedreht wird, dann sollen alle anderen ausgehen. Also kann es so nicht sein. Gut, baue ich den ganzen Kram nochmal ein bisschen anders. Nochmal eine Probe. Ich fange an und sage, okay, hier lasse ich den Strom durchfließen. Und ich probiere mal was aus. Ich lasse den mal auch hier durchfließen. Und hier zurück zur Spannungsquelle. Ich überprüfe nochmal, die Elektronen können fließen. Jawohl. Was ist denn, wenn die eine ausgedreht wird? Jetzt machen wir die mal aus. Ja, dann geht die auch aus. Aber die gehen ja noch gar nicht an. Ah, das ist dumm. Also mache ich es ganz anders und sage, warte, Moment. Ich werde mal die, so wie vorhin, Moment, hier. Ich werde mal das hier, die Lampen hintereinander schalten. Und die mit hier rein. Also, kann ich auch so machen. Ich werde also diese Lampe hier mit in Reihe, also hintereinander schalten. Und verkabel dann mal. Müsste gehen. Ich überprüfe nochmal und sage, warte, Strom fließt hier überall durch. Alle leuchten. Jawohl. Jetzt mache ich die mal kaputt. Strom fließt bis hierher. Oh, kann nicht weiter, also leuchten die auch nicht. Also ist die Aufgabe im Wesentlichen erfüllt. Allerdings sieht so keine Planskizze aus, sondern ich mache die Planskizze mal ein bisschen schicker. Also Spannungsquelle wie üblich. Plus, minus. Zack. Und jetzt schalte ich die Lampen mal richtig schick hintereinander. Entweder so. Oder, ich mache mal das letzte Beispiel anders. Ich lege die hier hin. Ist auch erlaubt. Allerdings immer schön rechtwinklig die Leitungen ziehen. Dann kann der Strom hier lang fließen durch alle drei durch und wieder zurück zur Spannungsquelle. Wenn die hier kaputt ist, dann kann der Strom bis hierher, aber die fängt das gar nicht an zu leuchten, weil ganz kurz fließen die Elektronen bis hierhin und bleiben an der Stelle stehen. Und das ist so kurz, da sieht man nicht, dass das leuchtet. Das ist hier die Lampe viel zu träge. Also würden die Elektronen hier nicht weiter fließen können und die kriegt überhaupt keine Elektronen mehr. Die hatten nur ganz kurz welche, leuchtet aber gar nicht wegen der Kürze der Zeit und die kann ja nicht, weil sie kaputt ist. Wenn die kaputt ist, fließt der Strom bis hierhin. Aber, ne, die haben gar keine Zeit aufzuleuchten, denn der Strom fließt ja nicht weiter. Der muss ständig fließen, damit die leuchten. Ist die erste kaputt, dasselbe. Noch eine andere Variante, wäre ich auch immer wieder gefragt. Ist das auch möglich, dass ich diese Lampe noch mit hier hinschalte? Ja, ist auch möglich. Wenn ich dann alles schön der Reihe nach anschließe. Also so rum geht es. Und das Ganze könnte ich auch noch, und jetzt mache ich es noch ein bisschen verrückter, so machen, dass ich auch die Lampe hier hinschalte und dann zurück zur Spannungsquelle verbinde. Das entspricht dann später der Zeichnung vom Aufbau her. Sauberer natürlich als ich. Das gleiche machen wir wieder beim Aufbau. Beim Aufbau sieht es so aus. Ich lege mir wieder alle Bauelemente hin. Und jetzt nehme ich mal die Variante, dass ich nicht so viel Platz habe und fange mit der Spannungsquelle an. Die steht ja da als Stromversorgungsgerät. Und jetzt kommen meine Kästchen mit den Lampen da drin. Und noch ein Kästchen. Und ein Kästchen, das ist mir zu viel gewesen. Da habe ich keinen Platz auf dem Tisch, weil mein Nachbar da vielleicht noch dabei ist. Jetzt noch schnell die Lampen hier hineingemalt. Also ihr malt dann natürlich das hier nicht mehr. Das ist dann euer Aufbauplan. Ich werde dazu auch praktische Videos machen und fertig. So, und jetzt geht das los. Und jetzt gehe ich mal diesen Plan ab und verkable. Ich nehme heute lila Kabel. Ich sage, okay, von der Spannungsquelle zur ersten Lampe. Von der Spannungsquelle, hier ist eine Buchse, zur ersten Lampe. Fertig. Von der Lampe zur nächsten Lampe. Von der Buchse der Lampe zur Buchse der nächsten Lampe. Fertig. Ich kann hier Häkchen dran machen. Von der Buchse der Lampe. Also von der zweiten zur dritten. Dass die jetzt hier liegen kann oder hier unten liegen kann, ist vollkommen egal. Die hat hier auch eine Buchse. Also hin das Kabel. Dann hätte ich das Ding auch erledigt. Wie lang das auch sein mag. Wir wissen ja, dass die dicken Kabel ruhig eine Weile lang sein können, ohne dass die das Ganze stören. So, und jetzt habe ich noch eine Buchse. Jetzt bin ich... Halt, das war das falsche Häkchen. Das war dieses Häkchen. So, und jetzt muss ich noch von der letzten Buchse zur Spannungsquelle. Von der letzten Buchse zur Spannungsquelle. So sieht dann der Stromlaufplan aus. Na nun, ist ja gar kein Schalter drin. Ist ja auch nicht gefordert gewesen. Wo könnte man einen Schalter einbauen? Na hier oder hier oder hier oder hier oder hier. Ganz egal, wenn ich den Strom unterbreche, kann keine der Lampen leuchten. Wenn ihr die alte Christbaumbeleuchtung noch kennt, da kann man eine Lampe rausdrehen. Macht Papa manchmal oder Mama. Die drehen dann ganz locker mal raus. Und dann ist Ruhe im Karton. Dann geht es ab ins Bett. Wir dürfen nicht vergessen, diese Lampen, die haben intern in den Kästchen, haben die lauter Leitungen zu ihren Buchsen. Hier sind die Buchsen. Hier sind die Leitungen. Die habe ich mal extra grau gemalt. Und ich denke mal, das müsste diesmal geholfen haben. Und ich hoffe, ihr kriegt eure Reihenschaltung in Gang. Na dann. Tschüss, tschüss.